Von der Kindergrippe bis zur Bestattung, von der Wasserversorgung bis zur Abwasserbeseitigung. Für all das sind die Städte und Gemeinden zuständig, denn die Bayerische Verfassung weist ihnen in ihrem eigenen Wirkungskreis eine ganz starke Stellung zu. Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte bestimmen als gewählte Vertreter über das Wohl ihrer Gemeinde. Somit sind Städte und Gemeinden wahre Schulen der Demokratie. Schulen, die sonst keiner hat, in keinem anderen Land. Und dabei soll es auch bleiben.